Sudio Vasa Blah. Nein, das ist nicht das übliche Gestammel, das ich sonst so von mir gebe, sondern einfach nur der Name des Produktes, das ich heute testen werde. Sudio nahm Kontakt mit mir auf, fragte mich, ob ich eins umsonst haben will, um es zu testen und wenn immer ich etwas, das mit Audio zu tun hat, in meine Hände bekommen kann, werde ich sicher gehen, das auch zu tun. Bevor ich aber zum eigentlichen Test komme, möchte ich noch kurz eines sagen. Ich machte ein wenig Recherche, sah mich auf YouTube um und sah ein paar Videos, die mich ein klein wenig komisch stimmten. Denn ich sah zum Beispiel einen YouTuber, der zehn Minuten lang über den Fakt redete, dass er nicht bezahlt wurde für den Test, sondern einfach nur das Produkt umsonst bekam und seine Meinung schildern wollte. Aber er redete nicht wirklich über das Produkt. Dann sah ich noch einen Haufen weiterer Tests von Leuten, die einfach nur die Spezifikation runterleierten und dann eben vorlasen, auf eine Art schon was auf der Seite stand. Und ich habe nicht wirklich einen Test gesehen, wo das Gerät auch getestet wurde. Und das stimmte mich eben komisch, da ich mir dann vorkam wie einer von diesen Testern. Und ich selber möchte von mir einfach annehmen, dass ich einer von diesen Testern bin, die sehr detailliert sind, zwar recht subjektiv, relativ oft, aber eben auch ehrlich und auch zumindest vernünftige Tests von sich geben. Und das war auch ein Grund, wieso ich recht lange mit diesem Test wartete. Ich habe das Produkt schon etwa sechs bis acht Wochen oder so, brauche sonst definitiv nicht so lange. Aber ich stehe einfach nicht komplett hinter diesem Produkt. Der Preis liegt bei 90 Euro. Es gibt noch einen 15 Euro Coupon-Code, wenn ihr diesen haben wollt, um das Produkt zu haben. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es auch 90 Euro wert ist. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Produkt ist, das absolut nicht. Aber es kommt eben nicht ganz frei von Nachteilen. Aber bevor ich dazu komme, gucken wir uns einfach mal, was sich alles im Lieferanfang befindet. Wir haben hier dieses Lederetui, ein wenig hart und auch meiner Meinung nach ein wenig zu klein, um die Kopfhörer relativ schön aufzunehmen. Wir haben hier noch diesen Clip für ein Kabelmanagement, falls ihr das benutzen wollt. Das war es dazu. Ihr habt hier auch noch vier von diesen Ohrpolstern aus Gummi. Eine Stufe ist sogar kleiner als die normalen drei, die ihr sonst bekommt. Da ist es gut für Leute, die kleinere Ohren haben. Und das wäre es dazu auch gewesen. Sehr schön zu sehen mit diesem Rosengold, das allerdings nur als Gold bezeichnet wird. Und auch mit dem schwarzen Akzent wirklich schön. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Farben und relativ kleine Ohrhörer selbst. Also das Gehäuse ist wirklich sehr, sehr klein. Natürlich ist es eben kleiner, weil die Batterie hier in diesem Block drin steckt. Und wie ihr hier schon auch sehen könnt, habt ihr hier den Micro-SB-Anschluss zum Laden. Und das ist ein klein wenig ungeschickt gelöst. Denn das ist zwar sehr klein, aber dafür habt ihr eben diesen Klotz hängen. Die Bedienanhalt selbst ist allerdings völlig okay. Ihr habt hier Pause und auch Start und auch die Lautstärkeregelung. Mit einem langen Druck könnt ihr auch noch die Lieder durchwechseln. Und ihr habt hier ein Mikrofon, das ist auch gleich ein Headset. Das Kabel selbst ist, wie schon zu sehen, eins, das eigentlich frei von Knoten ist. Allerdings ist es für mich ein wenig zu steif. Und ich bevorzuge eigentlich runde Kabel. Denn ihr werdet gleich sehen, wieso. Denn wenn ich diese einmal aufsetze, wirken diese für mich doch relativ unelegant. Wie ihr schon hier sehen könnt, das dengelt hier überall rum, hängt ein wenig komisch und zieht auch relativ stark an den Ohrhörern. Selbst was einfach nicht so optimal gelöst ist. Und es sieht auch einfach sehr, sehr auffällig aus. Natürlich hier mit dem Clip könnt ihr das vielleicht ein wenig eleganter gestalten. Aber gerade da das Kabel eben doch relativ steif ist, wirkt das nicht ganz optimal. Die Kopfhörer selbst oder die Ohrstöpsel, muss ich sagen, liegen wirklich super in dem Ohr. Also das ist top. Ich habe die zweite Stufe und wirklich sehr, sehr bequem. Und etwas, wo ich sonst mit sehr, sehr vielen Kopfhörern das Problem habe, ist, dass diese langsam rauswandern. Und obwohl ich mir zwar diese Flügel gewünscht hätte, die es auch wirklich absichern im Ohr, was wir zwar nicht haben, muss ich sagen, sie sind sehr bequem und ich bemerke sie eigentlich gar nicht immer. Was wirklich sehr, sehr gut ist. Und auch gerade die Passform und gerade da sie so klein sind, wirklich dezent. Das Kabel allerdings, alles andere. Und dann haben wir eben noch diese zwei Brocken, einmal mit dem Batterieteil und einmal mit der Bedieneinheit, diese meiner Meinung nach von der Länge nicht unbedingt korrekt platziert wurden. Und dadurch doch schon bei Bewegung und gerade bei der Arbeit ist mir das aufgefallen, recht stark am Ohrhörer ziehen. Er wird zwar nie wirklich komplett rausgezogen, aber ihr habt ständig das Gefühl, dass etwas daran zieht. Und gerade auch bei sehr, sehr vielen Kopfbewegungen zur Seite fand ich das wirklich sehr unangenehm. Also um das kurz zusammenzufassen. Sehr bequem im Ohr. Allerdings das ganze Kabelgeflecht drumherum und alles überzeugt mich nicht ganz so. Wenn wir allerdings jetzt zum Sound kommen, sieht die Sache in etwa ähnlich aus. Denn der Klang ist absolut nicht schlecht. Das möchte ich schon einmal klarstellen. Allerdings klingt er ein wenig recht stark nach Mainstream, aber auch ein klein wenig langweilig. Denn die Mitten sind zwar definitiv geboostet, aber auch ein klein wenig, ich würde nicht sagen, jetzt unpräzise und undetailliert, aber definitiv nicht punchig genug. Und sie könnten ein wenig straffer und auch präziser sein. Sie klingen ein wenig weich. Was andere Leute aber auch definitiv bevorderlich. Der Bass ist jetzt zwar nicht schlecht, aber definitiv wäre hier Verbesserungspotenzial da. Bei den Mitten muss ich sagen, die sind relativ flach gehalten. Ein klein wenig auf der langweiligen Seite, was jetzt allerdings auch kein Problem ist. Beides ist noch auf einem relativ guten Niveau. Es sind allerdings die Höhen ein klein wenig komisch, Stimmen. Denn sie sind einfach nicht klar genug und bieten einfach nicht die Präzision und Details, die ich gerne hätte. Denn sie wirken einfach sehr stark gefiltert. Und was natürlich dafür sehr, sehr gut ist, ist die Langzeithörbarkeit. Denn ihr könnt sie stundenlang hören und es wird nie wirklich anstrengend im Ohr, was relativ gut ist. Allerdings vermisse ich eben gerade bei meiner Musik doch echt viele Details in den Höhen. Und gerade da dies ein schwedischer Hersteller ist und diese eben auch das Genre erfunden haben, das mein Lieblingsorger ist, Melodic Death Metal, erwartete ich hier, dass sie sehr, sehr gut abstimmen. Aber es wirkt ein wenig langweilig. Also gerade mit deutlich klaren, detaillierteren, präziseren, einfach schöneren, brillianteren Höhen wäre der Gesamtklangindruck doch deutlich positiver gestimmt gewesen. Natürlich könnt ihr problemlos im Equalizer die Höhen ein wenig anheben, was allerdings euch nicht die Details geben wird. Sie werden einfach ein wenig schriller oder einfach ein wenig betonter. Was für mich allerdings immer noch darin endet, dass der Klang relativ mainstream abgestimmt ist. Also wenn ihr jetzt simplistischere Musik habt, wie zum Beispiel Dubstep oder auch R'n'B oder so, wo ihr einfach nicht so viele Instrumente habt oder filigranere Instrumente oder auch sehr, sehr detaillierte Stimmen, werdet ihr das gar nicht als Problem sehen. Und dann klingen sie auch völlig vernünftig, was sie auch absolut tun. Aber gerade von Schweden hätte ich etwas High-Fidelity-mäßigeres erwartet. Und das bekomme ich ja leider nicht. Und das stimmt nicht ein wenig schade. Denn wenn wir schon zum Preis kommen, wie gesagt 90, gehen wir mal von den kuportierten oder von den etwas rabattierten 75 Euro aus. Bin ich immer noch der Meinung, es ist ein wenig zu viel, denn es ist eben von Sudio. Ich kannte Sudio noch nie vorher und wusste nicht, was ich davon halten soll. Und ich glaube, so werden die meisten Leute auch reagieren. Denn wenn sie von Sudio hören, sind sie nicht vielleicht bereit, 75 oder auch 90 Euro zu zahlen. Und daher hätten sie definitiv ein wenig mit kleineren Brötchen anfangen sollen. Denn es ist einfach keine Apple-Marke, obwohl sie relativ wie Apple aussehen wollen. Gerade mit diesem Rosengold und auch vom Design sieht es alles recht elegant aus. Aber die Qualität dahinter im Endeffekt ist jetzt nicht wirklich allzu besonderes. Denn das Kabelgeflecht wirkt nicht elegant genug und nicht hochwertig genug. Die Ohrstöpsel selber sind sehr, sehr gut. Und das Zubehör ist jetzt nicht speziell besonders. Aber es geht völlig in Ordnung. Also es ist ein gutes Produkt. Und ich würde mal sagen, bis knapp 50 Euro hätte ich eigentlich gar kein Problem, sie zu empfehlen. Denn dafür ist der Klang definitiv gelungen. Und wie gesagt, mit dem Komfort müsst ihr vielleicht selber entscheiden, ob die euch so gefällt oder nicht. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich eben schon Bluetooth-Kopfhörer gehört habe für knapp 20 oder sogar 30 Euro, die deutlich besseren Klang hatten. Diese waren allerdings extrem unkomfortabel. Und das ist auch der Grund, wieso ich die Winnie benutze. Ihr könntet diesen Test vielleicht einmal checken. Es war ein Produkt von One by One. Also wirklich Top-Klang. Sogar so ziemlich der beste, den ich bei Ohrstöpseln je gehört habe. Allerdings war der Tragkomfort absolut unzumutbar. Einfach weil diese Ohrstöpsel sehr, sehr groß waren. Was hier eben hauptsächlich im Batteriefach ist. Also wie schon gesagt, es ist kein schlechtes Produkt. Aber es ist Verbesserungspotenzial da. Einmal am Kabel und zweitens am Preis. Denn dieser könnte ein wenig dezenter gestaltet werden. Und dann hätte ich auch weniger Probleme, diesen Test schneller zu veröffentlichen. Denn dann würde ich mich nicht, wie schon gesagt, einer von diesen Testern fühlen, die sehr, sehr oberflächlich sind. Was ich definitiv hoffe, nicht zu sein. Ganz kurz zum Batterieverhalten. Ich weiß nicht, was sie angegeben haben. Aber ich komme in der Regel auf 6 Stunden. Was definitiv passabel ist. Ist absolut okay. Von daher müsst ihr mir jetzt in den Kommentaren wissen oder sagen, was ihr davon haltet. Das würde ich schon gerne wissen. Und falls euch der Test gefallen hat, Daumen hoch. Vielleicht ein Abo hinterlassen. Und ja, ich weiß, der Test wird zu dir wohl nicht ganz so gefallen. Aber das ist für mich eher als eine Art Ansporn gedacht, damit diese hier in dieser Hinsicht ein wenig Verbesserung zeigen werden. Einfach die Höhen ein wenig filigraner wirken lassen. Und vielleicht das Kabel rund machen. Denn das wäre mir im Endeffekt immer noch lieber gewesen oder dezenter. Aber das überlasse ich euch. Von daher noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.